Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Tipp, Git in 15 Minuten lernen. In diesem Video möchte ich für die, die sie noch nicht kennen, auf die Seite try.github.io aufmerksam machen. Hier kann man, wie es heißt, in 15 Minuten Git, eine freie Versionsverwaltungssoftware, die für den Linux-Körner entwickelt wurde, besser kennenlernen. Mit 25 Schritten, ganz oben, in einer Linie, von Punkt 1.1 Git initialisieren bis Punkt 1.25, dem endgültigen Push, werden die Git-Kommandos unschwer und einfach vorgestellt. Unten sind Terminal und Dateimanager zum besseren Verständnis präsent. Die Seite wurde erstellt von CodeSchool, CodeSchool.com und gesponsort von github.com. Für diejenigen, die sich etwas ausführlicher mit Git beschäftigen wollen, finden auf der Seite git-scm.com, eine Dokumentation und ebenso auch ein Buch unter git-scm.com-book-de. Das war Josef Paul von Robens Greencast. Ciao und viel Glück. ... ... ... ...